Der Moment, wo man liest, dass Peter Stöger Peter Bosch beim Borussia Dortmund ersetzt, da kommt einem doch schon irgendwie so ein bisschen, was heißt Freude auf, aber so ein bisschen ist schon überraschend, dass Peter Stöger jetzt zu Borussia Dortmund hingeht als Trainer. Wir sind immer noch dabei in der Champions League. Es wird auf jeden Fall mindestens noch zwei weitere Spiele geben. Achtelfinale haben wir klar gemacht mit diesem imposanten 5 zu 0 im Rückspiel gegen den AS Monaco. Wir bleiben in unserer Kernformation. 4-3-3. Ohne Probleme. Alles wunderbar. Der fünfte Spieltag. Letztes Auswärtsspiel in der Gruppenphase. Wir sind zu Gast bei Dynamo Kiew. Wo wir den Stream vor zwei Stunden angefangen haben, haben wir sie im Auftaktsspiel mit 2-0 besiegen können. Tore von Kalijuri und von Guido Burkstaden, meine ich mal. Eine sehr gute Konstellation. Dynamo Kiew hat faktisch keine Chancen mehr auf das Achtelfinale in der Kündigsklasse. Es geht jetzt lediglich nur noch um die Europa League. Und der Krusev ist auf der Bank. Sidoczuk wird der Kapitän sein. Und die Schalker Mannschaft ist immer noch so geblieben. Außer dass Leon Goretzka jetzt auf der Bank sitzt. Obwohl auch nicht Max Meier. Stambouli sitzt auf der Bank. Stambouli sitzt auf der Bank. Und es kann eigentlich losgehen mit dem fünften Spiel in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Direkt mal der Ballgewinn von Leon Goretzka. Und guck mal, das war einen gewissen ruhigen Spielaufbau hinkriegen. Der Chipka. Oh, das war... Das wäre beinahe über Ausgleich. Der Jury. Der uns mit seinem Lutenrein-Hatrick erst die Möglichkeit gegen Monaco gegeben hat, das Achtelfinale klar zu machen. Das war eine Nachtklasse durchgesetzt von Bentalab. Die Physis stimmt auf jeden Fall. Der Chipka. Jedenfalls ein sehr wichtiger Mann bisher in dieser Gruppenphase gewesen. Die Startformation kann sich rehabilitieren. So ein wenig rehabilitieren, würde ich schon fast sagen, nach dem Hinspiel in Monaco. Wo er sehr viele Chancen hat liegen lassen. Quasi heißt es eigentlich für Brille und Bolo. Redeem yourself. Vielleicht mit dem einen oder anderen Türchen. Ich habe es gekocht. Brille und Bolo bringt Schalke in Führung und ich sitze jetzt eigentlich nur noch relaxed. Die Maschinerie rollt. Sie rollt gewaltig. Wir sind im Groove drin. Das muss für maximal 13 Spiele anhalten. Bisher sind wir auch noch nicht in Rückstand geraten in diesem Stream. Wedig wie nur konnte man einmal eine Führung idealisieren. Das war das Spiel gegen Real Madrid mit CR7. Und der Ball geht und geht und geht auf Daniel Caligiuri. Das ist kein Foul, aber der Ball sofort wieder bei den Ukrainen an Bentalep. Im zweiten Versuch ist er wieder der Ballführende. Thilo Kehra geht wieder auf der rechten Seite über Caligiuri. Im Bolo im Absatz. Ja. Ist korrekt. Nein, 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 nein dazu werde ich nichts sagen schauen wir uns einfach noch mal so die burgstaller mit einem ball auf das ist kalli juli sein dann geht der ball auf rotko der von kalli juli irritiert wird der wird aber auch nicht angegangen an fünf meter und schauen uns das noch mal ganz in der perspektive so gehen hin da kommt der ball den piwaric eigentlich schon hatte und auch gehabt hat die situation ist hier eigentlich quasi beendet gewesen weil geht zurück auf rotko und jetzt eine berührung findet statt aber das ist an sich regelkonform kalli juli versucht ihn auszuweichen und dann spielt rotko quasi seine zweite leidenschaft aus nach der fußballkarriere wird er der nächste parischnikov und mbolo braucht einfach nur einzunetzen 2 0 für schalke und es ist einfach nur wahnsinn was wir hier mittlerweile leisten wir kommen da raus so chip gar gar mit dem fehlpass naido raus mit dem ball und wenn es wir führen die führer 2 2 0 es ist zwar dynamo kiev no disrespect aber trotzdem muss das spiel oben bleiben vor allem gegen real madrid können uns darauf einstellen dass dieses spieltempo das wir jetzt an den tag legen nicht mehr so ist dieses etwas langsamere spielaufbau was wir hier gerade haben um die wo wir die ganze leute mal sortieren können in der verteidigung weil das alles auf seiten die namen muss meine verhältnisse viel zu langsam gehen das wenn wir gegen real nicht haben und in der k.o. runde schon mal gar nicht sonst konnotianka um auf ein 3 zu 0 zu erhöhen und das spiel komplett unter strich durchzuziehen kann sich aussuchen quasi seine mitspieler die flach findet allerdings kein abnehmer früh die führung erzielt und sie auch früh ausgebaut also das was wir hier reißen ich hatte vor zwei tagen kam mir die idee auf den ultimativen champions extrem mir wurde gesagt hey komm spiel mit schalke und ihr seht was daraus jetzt resultiert ein 15 gegen monaco ein 4 zu 2 gegen real madrid und jetzt führen wir auch hier gegen dynamo kiev wieder mit 2 zu 0 in der fremde wir haben diesmal auch mehr ballbesitz ja so weit so gut dritts mit der zweiten 45 minuten schalke immer noch in den schwarz-grünen trikots die farben der stadt gelsenkirchen repräsentieren von links nach rechts max meyer hat diese komische bewegung auf dem thumbstick deswegen kann der ball auch mit einem komischen abspielverhalten da an deswegen jetzt hat man kiev wieder in einem versuch den vorwärtsgang einzulegen wo cipka ist mal wieder zur stelle also wir haben mit dieser mannschaft bisher eine unglaubliche champions gespielt sie kann sogar noch weiter gehen zielo kehrer wir sehen wir noch am ball im bolo an dem forsten und das frühe stören angriff ist die beste verteidigung eigentlich und bei verlust beziehungsweise beim abstoß oder sonst wo sind die stürmer die ersten verteidiger im bolo kann nix draus machen aus dieser chance die er da gehabt hat wir haben uns warm gekickt der motor ist warm gekickt wo wir noch ein bisschen krampfhafter agiert haben im hinspiel im ersten spiel das war also ein bisschen ja was wie soll ich sagen sich an die mannschaft gewöhnen oder dementsprechend den motorwagen laufen lassen dann spätestens gegen real madrid kamen die follow-up tolle passquote übrigens von zielo kehrer 100 prozent naja chip gar nix direkt wieder in die andere richter die schalke hinter mannschaft passt auf bocani das tage ist dazwischen hier drückt so ein bisschen wir haben nebenan das parallel spiel zwischen als monaco und real madrid das bedeutet wenn monaco den königlichen einen punkt abknüpfen kann dann sind die gruppensieger leute vor real madrid aber auch nur wenn ansonsten entscheidet sich das im letzten gruppenspiel in der arena auf schalke in der fälte jetzt müssen wir wieder aufpassen dass hier keine chance entsteht so wir dürfen wir dürfen wechseln wir sollten lieber wechseln wir packen nabi bentalepp raus stände doppel 6 als zentraler mittelfeld winston mckinney ein youngster darf champions league darf champions league luft schnuppern für nabi bentalepp und anliegen amin haritz kommt für leon goreczka für die letzten 20 minuten hier um den fünften sieg im fünften spiel zu sicher das gefühl zum ersten mal seine hände an den ball fühlen nach gut 75 minuten im bono wir können noch mal wechseln lass uns im bono rausnehmen ok die santo haben wir nicht da aber burgstein ok wir lassen wir lassen die mannschaft jetzt erstmal so im bono 90 minuten lang auf dem platz das ist ein faulen freistoß für dynamo auch hier für mich wieder im unverständnis aber da mache ich mir keine so großen gedanken das ist gut gespielt und der anschlusstreffer für dynamo sidorchuk wir schauen uns das nochmal in der wiederholung eben an hier die verlängerung dann der ball naido ich habe das gefühl das ist jetzt das vierte gegentor das wir kassieren und an allen vier gegentoren hatte naido irgendwas mit zu tun weil hier geht er nicht wirklich zum mann hin und sidorchuk hat freie bahn das erinnert mich quasi schon so ein wenig an das gegentor was wir in monaco gefressen mussten so von der entstehungsgeschichte her 2 zu 1 jetzt lediglich nur noch zwischen schalke und dynamo kiev riebalka sie gelb nach dem fall an winston mckinney ne 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 kalijuri warum auch immer ich da den mckinney gesehen der aber jetzt den freistoß treten kein abseits kalijuri kriegte nicht früh genug unter kontrolle und da dementsprechend wieder für gefahr zu sorgen weil rudko ist rausgekommen aus seinem tor amin harry kann den ball nicht behaupten dynamo kiev sieht noch eine chance die müssen wir zu verhindern wissen im bono ich kann mich aber wirklich nicht entscheiden wie ich den kerl aussprechen soll im bono im bono im bono wo die emphasis legen ein wurf schalke haritz mckinney mit aufgepasst konter chance für dynamo und saales und raus damit abstoß schalke da wollte ich schon mit drei fährmann eigentlich aus dem tor raus aber gut dass ich es nicht gemacht habe auch ein guter wer eigentlich sieben abgefangene pässe von der chipka mckinney mit dem ballverlust aber max meyer ist sofort zur stelle kann wenigstens ein bisschen zeit von der ruhe nehmen und die verteidigung dementsprechend die zeit geben nachzurücken das ist die letzte chance gewesen für dynamo kiev und wir kommen wieder davon mit einem blauen auge wie schon gegen monaco der fünfte sieg im fünften spiel wir besiegen dynamo kiev dank den zwei frühen toren mit 2 zu 1 und ich glaube auch selbst die europa league hoffnung scheint begraben zu sein bei dynamo dynamo embo man of the match gucken wir uns an real madrid gewinnt mit 1 0 gegen monaco das heißt wir müssen gegen real mindestens ein punkt holen um den gruppensieg festzumachen ich denke mal inter ist jetzt auch mit dem so resultat ausgeschieden ja genau hier steht auch alles schon fest bayern und valencia gehen weiter und hier ist auch alles klar also das letzte spiel gegen real mal